Hi Ben! Na? Ich hoffe, alles ist gut bei dir und ich freue mich, dass wir heute zusammen unser Training machen dürfen. Du ziehst den Ball mit der Sohle, kannst erst mal anfangen mit rechts, nimmst ihn mit dem linken Fuß an, am besten mit der Innenseite. Das sieht doch richtig klasse aus! Jetzt kannst du noch ein bisschen versuchen, den Blick vom Ball zu lösen. Am besten du guckst ein bisschen in die Kamera, lächelst da rein, so dass ich auch sehe, dass du nicht schummelst.